TÜDLÜDLÜ Kante. Ja, was ist mit der Kante? Klettern. Ah, ganz gut. Ah. Wo sind wir denn hier? Sehr interessant. Spänen. Oh Gott, wo kommen wir denn jetzt raus? Ja, toll. Jetzt sind wir bei dem Schuhtypen wieder, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Abgenutztes. Verkleiden. Das bringt ja auch nicht viel. Na, klasse. Hier ist voll die... Alter. Na, da muss ich nochmal zurück. Da kann man sowas gucken. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob es hier irgendwo noch so ein Ding gibt. Na, wahrscheinlich nicht. Mist. Alter, wie soll ich das machen? Das ist ja ein Unding, Junge. Hier ist alles voll. Alter. Die laufen auch alle irgendwie zusammen. Ist da irgendwas? Konter. Konter. Hier ist dich. Ruhe stein, Ruhe stein, Ruhe stein, Ruhe stein, Ruhe stein, Ruhe stein. Alter, mach Hände. Gib Gas. Boah, zieh, 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 zieh. Alter. Suche Safe Game. Suche Safe Game. Äh, falsche Richtung. So. Mussten wir ja fast alle haben hier, wa? Oh. Ruhe stein, Ruhe stein, Ruhe stein, Ruhe stein. Einpacken. Oh, ho, ho, ho. Oh, ja. Alter, Schwede. Kommt ihr raus, Mann. So, renne in die Kiste. So, gut, jetzt dezimieren wir hier die Leutchen. Hi. So, da sind noch zwei. Haben wir eigentlich irgendwie Waffentechnisch? Irgendwie was am Starten, nee. Scheiße. Muss ich nicht. Achso, wir haben unsere Ausrüstung abgegeben, wa? So, da kommen noch einer. Da kommen sie. Mal gucken, ob wir mit dem Zielfeuern jetzt hinkriegen. Meine Spur, Mann. Nichts. Überhaupt nicht. So, Achtung. Achtung. Und. Cool. 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 Wieso werden wir da Punkte abgezogen? Jetzt sind die böse Buben. Kann eigentlich ja nicht sein, ne? Jetzt haben wir die Leichen nicht entfernt. Wo bist du denn da? Okay, hier ist doch noch ein bisschen was los. Wo geht's denn da hin? Ei, 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 ei. So. So. Kurze Pause. So. 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 Schauen wir mal, was hier los ist. So. 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 weit mal alle erledigt sein hier irgendwie das falsche falsche werkzeug in der hand kann ja nicht mehr sein dass hier nur welche rumrennen alter ach du scheiße na komm mal hier verkleiden so haben wir die untere etage nun bin jetzt aufgeräumt boah was für krampf alter so jetzt gibt es hier wieder zugänge doch noch nicht ja halloween warum rennen die jetzt nach oben ist die irre scheiße ja toll das ist doch scheiße alter nun durch da jetzt kommen die anderen alle runter oder was das ist egal nach unten klettern und dann okay das bringt ja auch nichts und da brauchen wir noch nicht hin und gut mal rein hier oh pfff hast du nie gehört oder was gut das ist klar das ist klar oder was nicht das ist klar Vielen Dank.